hey Leute und damit hätte sie kommen zu äh let's play mein Kraft der Räder der mich der die Axt getötet der Mannschaft Terraria der Räder und von Terraria schon wieder mit der Axt schon wieder mit der Axt hätten wir nicht in der Logie trotzdem mit Axt getötet der Räder der Räder der Räder der Räder der Räder der Räder der Axt getötet der Koffer einer die Kofferung der Räder 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 das ist die Gäste der Ebenen sind bewusst sagt es dabei er ist es nicht dabei sind dieser Lennart und der Hälfte umgespielt Lampen hallo hallo spielst mann nur ist zu in der Unterrichtung der Erwanderung sei ich das Leben leicht mit Krieg echt ja das Leben ist war nicht ich muss mir mit als die Tüte dreimal hintereinander zum Grundsatz okay da und er hat und es ist nicht so oft ich muss nur warum nicht um und so gut kennen alles gibt es kommt die Werbung davon gekauft er ist doch einer er hätte der Werner KM Hecker ein deutlicher und er war nicht mehr als ficken sie sich um ganz nah das ist nur noch günstig und ganz nah das ist nur noch günstig und ganz nah Prozent auch schon aber das sind oder nicht noch mal die Kielstunde die Kiste Herr das Donner hallo der Sterben Munker von Mano wenn ich sagte die Städte soll sterben gehen in der Ecke nicht sterben okay und stark hier hat mich von zu einer weiten Entfernung mit Axt getroffen ich wurde jetzt somit oft aber man lässt sich auch mit von der Axt festen ja auch nicht Städte übernimmt mann er kann ich selber kann es ist nicht so gut und kann man und kommt kann man halt nicht fressen und jetzt in einem Wettbewerb macht keinen Spaß mehr die Anwalt zu reden wer wer es einfach an und ich weiß ich ich habe es erlaubt und jetzt da habe ich mir mit Axt getötet mehr als er kommen muss ich kann sein war für sie einfach keinen Spaß ohne Witz ohne Witz schon wieder nachkommen hat er wahrscheinlich wahrscheinlich ist es zu seiner du versuchst du musst du musst es zu sein aber und es wird einfach nicht bist du nicht nur das sind immer noch mal bei der Ender-Games-Lazir-Karten der Katze sein er kann so mehr kaufen müssen dann kannst du ein Mikrofon sind auch laut und leiser machen weil du übersteuert ein bisschen er war da so ist es okay kann sie auch noch ein bisschen lauter stellen weil ich der Ort ich habe nicht besorgen die zu noch können sie sind geht es er mit dem Sprichwort haben wir sogar noch recht nicht noch schlussendlich nicht für alle da auch kommen da hat mich auch die Mögalin mit Axt getötet finde ich noch ganz okay da ist er dann oh mann ich dachte ich dachte ich dachte komm her du bist noch günstig immer ganz nah oh ein Horst ein Horn was ist Templer ich bin dritter ja du kannst doch mal erklären was Templer ist überhaupt sowas was ist denn ein Templer oh das ist ein Template ach stimmt hab ich sogar vergessen das ist ja oh mann oh mann oh nee guck mal wenn ich nicht mit der Axt getötet werden wäre wenn ich nicht mit der Axt getötet werden würde oh mann das ist noch günstiger und ganz nah ja ja da hast du recht hä oh nee oh nee oh nee wir sind jetzt in der zweiten Runde wir sind jetzt in der zweiten Runde wir sind jetzt in der zweiten Runde rein alter bring's mir ja noch um ok dann noch eine äh eine Sache für mich aufnehmen und dann nein ich muss ja noch eine Runde würde ich da dranhängen ok Digi was denkst du eigentlich hier was denkst du eigentlich was denkst du eigentlich ich bin Magma Village und ganz günstig und ganz nah Kick ist doch für alle da aber schreib bitte nicht so rum ok weil das nervt hat so richtig das meine ich jetzt ernst Herr Waller weißt du in der Aufnahme wenn ich aufnehme ne schreibst du die ganze Zeit rum jetzt bist du komplett ruhig hast du was gekifft ja was du hast ja gesagt nicht du hast Greenstone geraucht ja ich hab äh Green Math oder so Green Math hab gekifft ah du bist ja nun online bist du durchgrund online okay okay die eigentlich nicht okay 1 zwei drei so Leute da sind wir wieder in der zweiten Runde ich bin auch immer noch da ja er ist immer noch das ist ja das ist ja voll cool cool lustig nach Kirchen okay ich gehe in der Aura-Runde okay dazu noch zu tun ich bin in die Lava gesprungen wo wobei was spielst du äh Dredge-Mode 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 Nesern Dredge-Mode Dredge-Mode coolabore Lp das Erken er haben einen der umgekehrt um es fies das willige in den nächsten Jahren KGF abfrag abfragen um ein paar für die Schleswig das ist ein bisschen so wie die sie wird sie sich ab und zu auch mal erhängt wie ich ja auch mal ich hasse sie mit man manchmal manchmal ist sie gut man schluss ich heiße manchmal denkt man nicht so da wenn ich mich überhängt ja das denke ich mir das denke ich mir meistens sogar das denke ich mir immer meistens wenn ich dein gesicht sehe er killt euch alle kann ich darum das auch einer am Ende und es ist schon mal bei einer Hälfte ich werde mich nach sie zu den Augen und er fragt sich was er wird selbst mit zum explosieren gebracht man es ist so günstig nur noch und wie so nah ja das dauernd machen natürlich nicht mehr das gibt es auch nicht mehr da hat er den Becker fester da da ist er jetzt da und er ist er da oder er hat auge und er hat da ja hier einfach da der Beobacht wenn ich mir auch dazu günstig und ganz nahe ist er wirklich reinbahn fern deine nur in der Axt hin es ist so ein Pernat die in der Köln sind und ich kann das gut über mich gab die Lärmung ist ja es gibt es aber nicht mehr und ich wurde aber dass sie nassen über die Wisskana ist und die Lärmung die nach die Masse von Krupp und von Künzen sein die Lärmung ich habe das mal in der Händel an mit die Wiener und das ist ja auch in dieser Saison die Welt noch gemerkt ist von die Halle haben die Jahr noch mal da das ist die direkt auch gemerkt oder was ich hab das ist in der Hand war es wieder als Götter über die Wieskele ist und die Handler muss die Nein Proxy das connect ist sehr wohl und warum nicht dass sie nur noch einmal oder irgendwas lebt hier und auf einmal noch nicht mit 2 das heißt sie zu verraten Prozent obwohl er ich bin halt für deine Aufnahme dabei und dann nämlich mit Prozent den Aufruf der guten Freund nahm am Anfang das war so ein Freund ich will auch gern haben ich will auch gern haben du willst gern haben warum willst du denn kein Stoffel haben das hat irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch Gründer aber irgendwie auch dann doch nicht dann hat es doch schon wieder Gründer und dann macht doch keine Gründe mehr ich finde es ist oh nein hier was spammt den man anscheinend nicht ich habe noch gesagt dass ich habe noch mit dem das ist Prozent da muss die Neues geben die Wieskunde die Skommel an wir haben getötetet was machst du da Alter und das macht sogar es sind die totale Chaosfolge alter eine Scheiße um ähm da oder ja was wenn du mir gegen den Gast einlädst kann man ja nichts gutes erwarten weiter stecken aber hier darauf es mehr so ich bin kein Bossbilder, nein, nein nein ey, treff ich ihn oh, das wär so geil komm, das ist so ein Bossbilder, warte mal ach, ich hab gewonnen, okay äh, 2511er KD ne, ich bin nicht zufrieden, aber man, man hat, man könnte ja sonst ich so ein Leben äh, deswegen wäre es nicht aber in öffentlichen WC, okay also, es wäre nennen, wenn es nicht äh, ja nur ja, es wäre nennen, wenn ihr das Video bewerten könntet ähm, äh, das war's mit dem Video könnt ihr mal auf den, naja den besten Kanal auf Youtube gehen das ist, ähm, auf meinen! ja, das ist auf sein, meiner ist der zweitbeste, aber nein, hä, nein Rangliste, ganz letzter, ne ja, hä, mindestens in mindestens, nein, vor dir kommt erst mal Deno okay, es wäre nennen, wenn ihr das Video bewerten könntet, das ist die Chaosfolge hoch tausend ...